Mit wundervoll antönender Musik und Level 15 Nummer Hardware geht es weiter und ich werde euch erklären, was ich in letzter Folge nun mit dem Bewerbungsgespräch meinte. Ähm, ich drücke einfach mal und schau, was kommt und schreie gleich wahrscheinlich rum. Ich will in der Mitte stehen. Ähm, oh Gott. Aua. Ähm, ich glaube aufs Thema Bewerbungsgespräch. Bin ich gekommen? Achso, ich habe darüber nach... Ich habe gefragt, ob ihr ein Laber-Let's-Play haben wollt. Habt ihr vielleicht ja schon geantwortet. Wer weiß. Oh Gott. Aua. Aua. Da war die Kiste. Das kam gerade viel zu spät. Naja, ich bin unten. Das heißt, wir können uns... Wie ist gerade? Echt laut, die Musik. Schauen, wo der schwarze Knopf ist da. Äh, beim Laber-Let's-Play, ne? Man kann so viel reden, wie man lustig ist. Sollte nur interessant sein. Das ist das Thema. Dann steht man da bei einem Bewerbungsgespräch, ne? Kennt ihr alle. Naja, kennt nicht vielleicht jeder, aber sagen wir mal Bewerbungsgespräch. Oder sagen wir mal, äh, ihr habt ein Date. Männlein, Weiblein, das lassen wir jetzt mal offen stehen. Ich drücke jetzt mal und springe nach oben. Aua. Ihr habt ein Date. Ne? So ein richtiges Date. Mit, äh, so einer schicken Lady oder mit so einem schicken Kerl. Man weiß ja nie. Und... Dann denkt ihr euch nun entweder vorm Date oder vorm Bewerbungsgespräch. Guck mal, das hätten wir auch sogar noch locker in der letzten Folge geschafft. Jetzt bin ich tot. Aua. Dann denkt man sich so, oh ja. Das kann ich erzählen. So kann ich mich gut darstellen. Das krieg ich alles hin. So und so und so und so. So mach ich das und so mach ich das. Und dann sitzt man da. Sei es jetzt nur das Date oder sei es, äh, das Bewerbungsgespräch. Sitzt da. Äh, Entschuldigung für den lauten Ton. Ähm, sitzt da und denkt sich so, hm, leer im Kopf. Und dann am besten noch so, hä, mit der Hand gegen den Kopf schlagen. Ich glaube, das hat sich gerade voll scheiße angehört. Aber, naja. Ne? So ist es wahrscheinlich auch, wenn ich ins Level Lottere gehe. Nummer 6, Moria. Hier war, ne? Dreien da. Und dann würde ich da, ach du Scheiße. Dann würde ich da wahrscheinlich stehen. Und eine ganze Nacht darüber reden, was ich heute Mittag gegessen habe. Was ich gerne mache. Ich esse gerne zum Mittag. Wahrweise ist dieses Mittag auch. Dort müssen wir das im Reset-Knopf. Oh Gott. Ich lasse mich einfach mal fallen, ne? Ich fall einfach mal daneben. Na ja, warum nicht? Ähm. Ne, dann würde ich den ganzen Tag erzählen, was ich heute Mittag hatte. Ist jetzt auch nur mittelmäßig spannend. Genauso wie, wenn man hier zehnmal an der gleichen Stelle runterfällt. In die Richtung. Weil dein. Gut. Naja. Und dann drehe ich mich im Kreis. Dann drehe ich mich im Kreis. Dann frage ich euch nach eurer Meinung, die ich mir sehr gerne anhöre. Aber, äh, das ist ja nur auch nicht sehr variabel. Ich muss das einfach vielleicht mal ein bisschen trainieren. Uh, sieht cool aus. Baut sich erst so langsam auf, ne? Von daher. Im Freestyle reden muss ich mich noch ein bisschen... Oh. Noch ein wenig üben. Das macht, das macht schon Spaß, wenn man das so ein bisschen und so, ne? Cool. Cool. Und auch das Zusammenspielen. Ich spiele... Ich habe festgestellt, ich spiele unglaublich... Setzborn. Oh Gott. Unglaublich gern muss ich hier runter? Ne, ne? Oder doch? Kann ich hier runter, um da irgendwas einzusammeln? Mit anderen Leuten zusammenspielen ist echt angenehm, weil... Man ist so... Was heißt anstrengend? Ich muss mich jetzt auch im normalen Let's Play nicht anstrengen, um mir... Irgendwas rauszusuchen, worüber ich labere. Ich labere einfach. Und dann... Es ist aber, wenn du so ein LPT machst, ne? Ich gucke einfach mal für Kiste und so. Dann... Das kommt einfach. Kommt von da, ne? Nein, wir kommen von da. Da war die Hand. Das kommt einfach. Da macht man Dinge... Setzborn. Jetzt mal ehrlich, fehlt hier was, oder muss ich da wirklich runterspringen? Ich hab ein bisschen Schiss gerade. Ich muss da noch nicht runter, ne? Soll ich da mal runter? Sieht aus, als wäre da unten ein Wasserloch. Ich hab hier einen Spawn gesettet, ne? Das ist kein Wasserloch. Damit jetzt fehlt mir wieder hier die Nacht. Das... Ne, jetzt geht's. Warum nur, weil ich hier langgegangen bin. Jetzt geh ich nochmal da vorne hin und lass mich da nochmal runterfallen. Na ja. Auf jeden Fall, das läuft flüssig. Das läuft super. Und das mach ich echt gerne. Das wollte ich nur gesagt haben. Das hat überhaupt nichts mit dem Gewerbungsgespräch zu tun. Ist egal. Lass mich mal fallen, ne? Och. Die ist vor knapp. Die ist vor knapp. Jetzt ist natürlich die Sache. Kriege ich Night Vision, wenn ich hier draufklicke? Nö. Ich kriege nur Jump Boost und... Guck mal. Aua. 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 Naja. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Falls ihr verstanden habt, was ich euch sagen wollte. Ich hab's grad nicht ganz so verstanden. Das macht ja auch nichts. Aua. Das war... Aua, 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 aua. Ah, tot. Tot. Ja. Aber dann wäre ich wenigstens oben gewesen. Schade eigentlich. Nicht gut. Einfach fallen lassen. Nochmal drücken. Komm, lass dich drücken, mein Lieber. Ich rede heute irgendwie zusammenhangslose Sitze. Das macht nichts. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem lieb. Oh Gott, wie hoch geht denn das? Ich hab mich trotzdem lieb. Das reicht. Ich hab mich immer... Naja. Nein! Oh! Naja. Das ist das Bon wenigstens Stück weiter vorne. Ach. Ich glaube, so mal so barum wollte ich einfach letzte Folge nur damit sagen. Schreibt mir doch mal, was ihr mal sehen wollt von mir. Ich werde mich in allen Sachen üben. Ich würde schön irgendwas bei rumkommen. Wenn's mir nicht gefällt, lade ich's auch nicht hoch. Ich hab nur das Gefühl... Ich wollte grad sagen, hier lädt irgendwas nicht. Was muss ich denn jetzt machen hier? Wenn das andere Loch fallen. Es ist so dunkel. Das find ich blöd. Hat einer nicht mitgedacht. Da hab ich ein Spawn gesettet. Und was, wenn ich mich hier runterfallen lasse? Sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich würde gerne auf die Hand hochkommen. Ich lass mich mal fallen, ne? Das Schlimmste, was passiert ist, ich sterbe. Wurst! Wo genau ist da kein? Aua. Also ich kann da runterfallen. Aber da sind, äh... Tripwires. Aua. Das heißt, wahrscheinlich ein Loch hat kein Tripwire. Das hat ein Tripwire. Oder ist das eine andere Dimension, wo ich hier dann weiterfalle? Ich versuch einfach mal... An verschiedene... Ich bilde mir ein, dass das unterschiedlich jeweils aussieht, aber... Das kann auch einfach die verschiedene Fallhöhe sein, dann einfach. Oh Gott. Ich glaube, es sieht anders aus. Wasser! Juhu! Und jetzt? Dahin? Schwimm schneller, du kleine, dreckige Baywatch-Nutte! Ich wollte nicht Nutte sagen. Es tut mir leid, es kam ungefiltert aus meinem Hirn heraus. Es ist so dunkel hier. Es wäre schöner, wenn es ein bisschen heller wäre. Den Diamanten haben wir eingesackt, ne? Das heißt... Game over! Das ist sehr schön. Ich meine, wir müssen noch... Wir haben noch, ne? Ich kann ja schon mal hier sagen, hey, cool. Super geil. Aber wir müssen noch einen Diamanten suchen. Um das Bonus-Level zu machen. Das Pac-Man ist cool hier. Finde ich, ähm... Blinkenden Früchte. Die hätten sie mal rot darstellen können oder so. Aber... War doch schon mal bis hierhin eigentlich echt geil. Aber ich würde mich erst verabschieden, wenn ich den letzten Diamanten gefunden habe. Und dann natürlich... Hier, ne? Steht ja hier an der Tür. Find all 16 Diamants to unlock the Bonus-Level. Das heißt, wir dürfen hier nochmal einen Diamanten suchen gehen. Und ich möchte mal einen Schluck trinken. Ja... Muss denn hier nicht drin sein? Muss ich den minen? Muss ich den abbauen? Komm ich natürlich nicht hoch, ne? War klar. War ja klar! Komme ich hier irgendwo? Komm ich nicht. Was komme ich denn eigentlich? Zu spät meistens. War das ne Kiste? Nein, das war keine Kiste. Das wär ja... Das wär ja... Oh! Was ist hier so schönes? Was, wenn ich hier mich reinfallen lasse? Was, wenn ich mich hier reinfallen lasse? Was ist, wenn ich mich hier? Und was ist hier? Und was ist, wenn... Wow! Ist jetzt hier was drin? Nö. Oh, hier sind 15 Diamanten Milch. Hier ist eine Lampe an. Ob das so sein soll? Hier ist noch mehr Milch. Wir nehmen mal Milch mit. Was steht da eigentlich dran? TMI Unlimited. Unlimited. Keine CD, die wir anmachen können. Hier, guck mal. Wir nehmen mal zwei davon mit. Wir können nur einer. Und wir nehmen mal zwei davon mit. Ich würde das da gerne wieder reinpacken. Speed Regeneration. Jetzt ist aber die Frage... Return to a normal size. Faster to find the exit. Normal size. Scheibenkäse. Lass mich rein! Aua! Achso, ich hab... Ich hab ja. Alter, lass mich doch mal zur Tür hier rein! Tür, Tür. rein. Könnt ihr mal bitte aufhören zu brennen? Danke. Das heißt, ich darf hier jetzt... Jeden scheiß Winkel absuchen. Ist natürlich auch die gleiche Aufnahmesession noch, in der ich... Und so. Das heißt, ich konnte noch nicht nachgucken... Äh... Wo? Zum Beispiel muss ich das nachschieben, wenn das jetzt so lange dauert. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten. Das wäre etwas ungünstig. Hier ist nix drin. Da ist nur Lava. Hier ist auch nix drauf. Aua! Das tut doch schon weh! Weil ich ganz super gerne eigentlich in der Aufnahme hier dann das Bonus-Level noch drin hätte. Das Mal geh ich bei der... Glastür raus. Äh, beim Glasfenster raus. Erstmal. Dann kann ich auch bei dem hier rausgehen, ne? Dann geh ich da einfach mal raus. Wer weiß, was hier noch so ist? Das ist echt cool gemacht hier. Wie gesagt, wenn einer sieht, was ich suche, schreien bitte. Ganz laut. Hier, ich. Zeig drauf auf dem Bildschirm. Los! Das muss hier doch irgendwo sein. Die Blumen hängen in der Luft. Wenn man das schon... Minecraft ist huge scheiß. Dann ist das doch irgendwo... Am Pobus der Welt versteckt. Ich kann schon hoch springen, aber nicht so hoch. Alles klar. Ich meine, das Wasser ist ja auch nur noch... Wasser. Also kein Wasserwasser, sondern nur... Blöcke Wasser. Da kann ich doch jetzt nicht rüberrennen, oder? Wenn ich jetzt rüberrenne... Dann weiß ich, wer in fünf Minuten nicht mehr weiß, wo er ist. Ja, ich gehe mal wieder zurück, ne? Da müsste dann, glaube ich, mal ein Schild dafür stehen, dass man... Jetzt lauf doch. Dass man hier lang kann. Holy crap. Das kann sich nur noch um drei Stunden handeln. Was ist das? Hier ist das ein Chunkfehler, ne? Jo, da laufe ich mal ein bisschen drumherum. Nein, da kann ich so. Nicht, dass ich hier einen munteren durch die Weltenfaller mache. Müsse ich mich ausloggen und wieder einloggen. Guck mal, da ist eine riesengroße Kiste. Ich frage, ob das die Kiste ist, die wir suchen. Also, ob die Kiste da auch ist, die wir suchen. Ja, cool. Das ist echt... Das ist cool. Das ist nur die Sache. Zack. Der Diamant. Wir haben alle Diamanten gefunden. Problem ist nur... Jetzt müssen wir wieder rein, ne? Schaffen wir das? Schaffen wir das hier hochzuspringen? Jo. Oder muss ich mich da nochmal runterfallen lassen? Nein, ich sterbe einfach am besten und dann kann ich Kuchen backen. Gehen. Warum nicht mal Kuchen backen? Kuchen backen. Ich schnarche, diese unglaubliche Speed hier. Das ist ein Rausch der Geschwindigkeit. Fahren Sie mal ja nicht vom Hocker, meine Damen. Und darin, Sie sehen hier den unwahrscheinlich schnellsten Leiterklimmzug der Welt. von mir. Musst du hier sowieso raus? Oder hätte ich hier nur runtergekommen, wenn ich das gewollt hätte? Ich glaube, hätte ich runtergekommen, wenn ich das gewollt hätte. Nein. Tot. Mist. Ich wollte tot sein. Ich wollte doch mal sterben. Moment. Warte. So. Ha. Getrickst habe ich, du blöde Leiter. Es wird dann wohl eine Folge mit Überlänge, bis ich hier wieder rausgefunden habe. Unter Umständen zumindest. Hey. Muss ich jetzt hier runter? Ich nehme mal an. Ich glaube nicht, dass es hier... Sets spawnen hier. Drei verschiedene. Scheiße. Entschuldigung. Ich entschuldige mich in aller entschuldigsten Schuldigkeit. Ich bin unschuldig. Nein. Ach ja, hier unten ist ja schon... Oh, ein Träumchen. Ein Tritrad-Träumchen. Und wir haben 16 Diamanten. Und gehen zurück zum Spawnen. Und das heißt, ich glaube nicht, dass ich die... Das kommt jetzt einfach hinten dran. Das wird dann ein bisschen überlänge. Das dauert im Upload. Dann bleibt man eine halbe Stunde länger oder noch länger. Das ist ja Wahnsinn, ne? Wenn dir so eine Folge... Eine Viertelstunde, sagen wir mal 17 Minuten geht, ne? Braucht das eine Stunde. Circa. Wenn so eine Folge allerdings 25 Minuten geht, dann braucht das zwei Stunden.